Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Bebs, wir lieben und respektieren dich, aber dein, dein Zeug verrümpelt unser Versteck schlimmer als Brainiacs Space-Sammlung Kommt Leute, ist doch nicht so schlimm Hör mal Bebs, das wird jetzt hart für dich Du bist schwer krank Ich bin krank? Ja, du bist ein Messi, unbehandelt zerstört sie erst dich Uns und dann die ganze Welt Wir wissen es aus dem Internet Dann muss es stimmen? Super, dann können wir ja jetzt etwas zeuglos werden Gucken wir mal, was du so hast Was ist dieses Dingsi-Bumsi? Brauchst du das? Das ist ein Olympus-NV-Nachtsichtsgerät mit eingebauten Lautsprechern und Zoom-Vermögen Also nicht? Doch! Und die hier? Ich schmeiße nicht meine Jet-Antrieb-Rollschuhe weg, okay? Nicht alle haben einen magischen Space-Ring, der uns fliegen lässt Das? Oh klar, Haie gibt es auch nicht jetzt Aber sobald du einen triffst, wünschst du dir bestimmt ein Anti-High-Spray Kätzchen können sich nicht bürsten Äh, Babs, was ist das? Siehst du das nicht? Eindeutig! Warte Nein, warte mal Es ist Hackbraten! Leckerer, frischer Hackbraten! Alles okay, ich bin überwältigt von seiner Frische Gut, ich räume auf Ein bisschen Sie hatten wirklich recht So ist es tatsächlich besser Gut, ich bin überwältig von 차�俺 angegatet los Ich bin überwältig von Gibt es richtig in 讚 Die Die